Also, was willst du denn weiter anfangen, Katie? Dich immer nur weiter auf der Straße herumdrücken, bis sie dich erschießen? Verzeihung, Sir? Du musst jetzt über dein Leben nachdenken. Als schwarzer Mann in Amerika zu leben, das ist nicht leicht. Eigentlich will ich nur eins sagen. Überlebe. Du kannst dich nur freuen, dass du einen Abschluss von der Highschool hast und noch lebst mit deinen 18 Jahren. Und du musst irgendwas aus dir machen, bevor du genauso endest wie er. Ich werde aber nicht enden wie er, klar? Ich bin einer von euch, das weißt du selber. Aber ich weiß auch, dass es im Leben noch was Besseres geben muss, als die Straßen da draußen. Warum machst du dir Sorgen um mich? Sollte ich mir keine machen? Menace to Society Die Jagd ist eröffnet und du bist die Beute. Die Ichigkeiten Die Jagd ist eröffnet und du bist die Beute.